Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, was du eigentlich machen kannst, wenn ein Sodastream undicht ist, beim Sprudeln immer das Wasser hier überläuft und sich hier unten in den Behälter drinnen fängt. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zu mir ging gleich der Hinweis, es kann natürlich verschiedene Ursachen haben, dass ein Sodastream hier undicht ist, doch ich zeige dir jetzt einfach mal die häufigsten Probleme, die wo hier vorkommen. Ursache Nummer 1 ist einfach die falsche Anwendung von diesem Sodastream hier. Bei der Flasche von Sodastream, egal ob jetzt wie hier aus Glas oder aus Plastik, ist immer eine Einkerbung mit eingebracht. Die zeigt einfach an, wie hoch das Wasser aufgefüllt werden darf und sollte auf gar keinen Fall hier oben drüber gelangen, denn sonst kann beim Sprudeln das Wasser nämlich überlaufen. Außerdem auf gar keinen Fall irgendwelche anderen Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Apfelsaft, hier in diesen Behälter geben und wenn du noch Sirup hinzugeben möchtest, dann immer erst, nachdem du das Ganze hier gesprudelt hast. Danach unseren Sodastream jetzt einmal schließen und schauen, dass die Düse natürlich hier in diese Karaffe hineingeht. Also mit etwas Druck nach unten geben und dann sauber verschließen. Den Dosierknopf hier oben nicht durchgehend betätigen, sondern immer in kurzen Abständen. Reindrücken, wieder kurz rauslassen und das so lange, bis dieser Brummton hier klingt, dann sollte auch genug Kohlenzäure drin sein und man sollte es natürlich auch nicht übertreiben. Jetzt einmal den Verschluss hier langsam öffnen. Du hast es gehört, der Druckausgleich hat stattgefunden und jetzt hat sich das Wasser nämlich hier drin beruhigt, weswegen wir den Verschluss ganz aufmachen können. Schauen wir einmal nach. Das Wasser ist auf jeden Fall gesprudelt und es ist auch nicht ausgelaufen. Wenn trotz richtiger Anwendung dein Sodastream immer noch undicht ist, dann solltest du dieses Gerät auf jeden Fall mal entkalken, denn durch Kalk kann es sein, dass die Gummidichtungen hier überall drinnen nicht mehr richtig abdichten und somit das Wasser überläuft. Wenn du dein Sodastream regelmäßig entkalkst, dann reicht es aus, wenn du warmes Wasser hier in die Glaskaraffe bis zur Fülllinie gibst. Wenn du es zuvor noch nie entkalkt hast, dann am besten einmal das warme Wasser bis hier hoch zum Gewindegang auffüllen. Bei Plastikflaschen solltest du übrigens auf warmes Wasser verzichten, da der Hersteller vorgibt, dass kaltes Wasser hier am besten ist. Dann einmal am besten zwei Esslöffel von so einer Zitronensäure hier in die Glaskaraffe reingeben. Ich habe hier oben noch einen Drichter draufgesetzt, dass es etwas leichter zum Befüllen geht. Und wir können unsere Glasflasche jetzt einmal wieder richtig in den Sodastream hier einspannen. Jetzt betätige ich hier oben den Dosierknopf mal ganz kurz, also circa eine Sekunde lang. Das reicht auch schon, die Zitronensäure von der Karaffe hier unten ist jetzt in die entsprechenden Leitungen gegangen. Kann hier wirken, also entkalkert diese Leitungen. Und da ich ihn ja regelmäßig entkalke, reichen hier 15 Minuten Warten vollkommen aus. Wenn du ihn zuvor noch nie entkalkt hast, deinen Sodastream, dann am besten über die ganze Nacht einmal einwirken lassen. 15 Minuten sind um, weswegen ich jetzt einfach mal hier den Verschluss wieder öffnen kann. Die Glaskaraffe jetzt natürlich einmal schön ausspülen, dass diese Zitronensäure auch wieder rausgeht. Und auch diese weiße Düse hier oben am besten mit einem nassen Lappen mal schön ordentlich sauber machen, dass auch hier keine Rückstände mehr zu sehen sind. Und somit haben wir auch schon unseren Sodastream hier drin richtig entkalkt. Wenn auch das Entkalken hier jetzt nichts gebracht hat, dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, die wir nach dem Entkalken anwenden können. Hierfür müssen wir den Gerätekopf hier oben einmal aufmachen. Das geht am leichtesten, wenn wir uns die Rückseite hier anschauen, gehen einfach mal mit dem Finger zum Beispiel rein und können diesen nämlich nach oben hin aufmachen. Im Notfall geht es auch mit einem kleinen Schraubendreher. Hier gibt es jetzt nämlich diese kleine Verschraubung mit diesem schwarzen Schlauch hier. Ich vermute mal, das ist der Druckschlauch. Und diese Verschraubung hier kann sich über die Zeit einfach etwas lockern oder durch den Kalk, der wo da drin ist, nicht mehr richtig abdichten. Und da wir jetzt schon entkalkt haben, am besten einmal einen 12er Gabenschlüssel nehmen, diesen bei der Verschraubung ansetzen und dann vorsichtig im Uhrzeigersinn noch etwas festdrehen. Das sollte bei mir jetzt auch schon reichen. Und somit kann nämlich hier oben bei der Verschraubung dann auch kein Wasser mehr ausdrehen. Jetzt den schwarzen Deckel nochmal überall gleichmäßig ansetzen und mit gleichmäßig viel Druck hier diesen wieder einbringen. Ist auch schon geschehen, da das ganz normale Clips sind. Und somit haben wir jetzt auch schon die drei häufigsten Ursachen daheim abgegriffen. Warum dein Solastream jetzt undicht sein könnte. Am Schluss natürlich nochmal alles auf Funktionen überprüfen. Wenn du dir für zu Hause jetzt so eine Zitronensäure oder gleich einen neuen Solastream mit dem entsprechenden Zubehör zulegen möchtest, weil dein einfach schon sehr alt ist, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in dein Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach einmal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.